Hallo zusammen! Ich möchte mich bei euch bedanken, bei jedem Einzelnen der mich dabei unterstützt hat, den Chalo Chata, liebe Grüße Chata, den zu überzeugen auf eine geile Folge Beast Kitchen. Der Chalo hat mir zugesagt und das ganze wird stattfinden, allerdings nach Corona. Bitte schickt der Chata einen dicken fetten Kuss von mir und dass er gesund bleiben soll. Wir sehen uns in Chalo nach Corona!